Unbehauen, kann sich da nicht so richtig Platz machen und was für ein Treffer von Max Janssen! Also der schafft es definitiv in den Highlight-Zusammenschnitt. Luca Unbehauen, hier will er raus, kommt aber nicht dran, zu viel Verkehr. Dann einmal rausgeköpft und zack! Erwischt ihn voll, hier sehen wir nochmal Unbehauen, der nicht drankommt an den Ball. Fair gesperrt wird, kein Foul und BOOM!